Ich war ja heute deswegen insbesondere da, um den Angeklagten selbst auch mal sehen zu können, um den Beschuldigten, den Täter, den aus ihrer Sicht Mörder ihres Sohnes auch sehen zu können. Die Gelegenheit hat sie genutzt und insbesondere natürlich auch damit auch heute gezeigt, mit ihrer Anwesenheit, dass sie es insbesondere sehr, sehr wichtig ist. Was fordern Sie auch für Ihre Mandantin? Die Frau Januzzi hat mir mehrfach gesagt, dass ihr es sehr, sehr wichtig ist, dass der Angeklagte die maximale Strafe erhält, die das deutsche Strafgesetzbuch zu bieten hat. Das wäre eine lebenslange Freiheitsstrafe und das ist entsprechend auch das Ziel der Nebenklage. Jawohl, danke.